Für Jens Weser, Vorstandsmitglied im Senftenberger Gewerbeverein und Inhaber eines Sportfachgeschäfts, ist die Woche gut angelaufen. Seine Kunden würden Termine buchen. Zudem könne er bis zu zwölf Personen vor Ort beraten, natürlich mit Abstand. Zum geschäftlichen Erfolg des Click-and-Meat-Systems sagt er. Also das kann man jetzt noch gar nicht sagen, ob sich das rechnet. Auch unsere Mitarbeiter sind ja jetzt noch teilweise in Kurzarbeit, sodass man da eine Entlastung erfährt. Auf dieser Seite, wir stellen fest, wir haben so 30 bis 50 Prozent der normalen Zahlen aktuell seit Anfang der Woche. Das kann man jetzt auch nicht so richtig verifizieren, weil heute ist ja erst Mittwoch. Wenn das so bleibt, kann man sagen, dass sich das nicht tragen wird eigentlich. Aber wir wollen ja für unsere Kunden da sein, wir wollen unserem Beruf nachgehen. Und von daher ist das nicht mal der ausschlaggebende Faktor, sondern der ausschlaggebende Faktor ist wirklich für die Leute da sein zu können und denen, die das möchten, die Dienstleistungen anzubieten, damit man halt nicht völlig vergessen wird. Weil das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die wir alle noch unterschätzen, die nach dieser Krise kommen werden. Dass sich viele Gewohnheiten geändert haben und die Menschen halt erst wieder den Weg finden müssen. Wir bleiben für Sie am Ball.